moin leute was geht willkommen zu einem neuen video heute geht es um moros indominus rex mod und ja es ist wieder der mod aber auch da leute was vielleicht sehr cooles für arc extended ich muss sagen ich habe viele viele indominus mods angeguckt und ich finde das hier ist mit eigentlich abstand finde ich die geilste mod alleine nicht nur dass der indominus finde ich sehr sehr gut aussieht sondern auch wie man ihn im endeffekt macht das ist komplex aber nicht schwer ja also erstmal fangen wir ganz kurz an das ist der prinzip der indominus rex den man hier bekommen kann und den müsst ihr also ihr könnt ihn auch rein theoretisch wenn ihr einen der wildbahn dreht steht in der mod beschreibung ihn auch ko tame soll aber sehr schwer sein und sehr sehr selten vorkommen es heißt also ihr werdet nicht so viele indominus rex in der wildbahn finden es heißt ihr müsst ihn herstellen jetzt denkt man erstmal wow okay das sind hier fünf gegenstände oder fünf sachen das wird super schwer sein es ist eigentlich super einfach ihr habt ihr punkt eins ist ab level es fängt alles eigentlich so mit level wo haben wir es lasst mich hier ganz kurz gucken wo haben wir es weiter unten so ab 96 fängt das ganze hier an ihr habt diese ganzen sachen ihr müsst im prinzip mit moros engine station anfangen dass das hier hier mit startet ihr und in diese engine station könnt ihr dann die anderen sachen bauen die hier stehen die benötigt ihr alle und wir benötigen die batteriezellen also power zells das sind im endeffekt die sachen mit denen ihr den strom betreibt um halt die ganzen sachen zu benutzen so dann müsst ihr mit diesem hier starten das ist das erste mit dem gestartet und das ist der dna extraktor so hier benötigt ihr dna aus dinos aus speziellen dinos wie zum beispiel dem giga dem rex in terenzino den raptor und dem kano aus dem auch der indominus teils ja besteht es heißt ihr benötigt opfergaben von zum beispiel dem rex also was wie die rex arme man kann aber auch hier befruchtete eier nehmen alpha jobs also zum beispiel der alpha zahn vom rex das geht auch die legte hier rein plus diese power zellen und wenn ihr die power zelle hier rein packt dann seht ihr das einschalten kommt dann aktiviert es haben wir sogar eine animation dass der im endeffekt jetzt hier die dna von dem rex aus den tyrannosaurus rex armen heraus extrahiert finde ich eigentlich sehr cool gemacht alle noch das ja also optisch und dann tut das hier im endeffekt die dna rausziehen und die benötigen wir dann für den nächsten schritt das ist dann das was wir bekommen also ihr müsst ein bisschen warten es dauert und dann seht ihr bekommen wir hier rex petri dish heißt das ich weiß nicht wie die deutsche übersetzung sein soll wahrscheinlich nur rex dna so die bekommt ihr hier raus das ist prinzip schritt eins ihr müsst wie gesagt das würde ich mit mehreren sachen machen geben auch unterschiedlich viel dna das macht vielleicht mehr sinn rex alpha rex sachen zum beispiel zu benutzen dann ist der nächste schritt dieses station hier nämlich die idee der dna synthesizer und hier seht ihr dass wir hier jetzt aus 75 rex petri dish bekommen wir pure rex dna so und das sehen wir dass wir das auch hier für den raptor haben für den giga haben für den kano haben und auch für den terenzino haben haben wir alle diese fünf sachen machen wir die auch hier an also auch hier und craften dann oder so und wenn ihr wenn ihr in der wildbahn so gesehen einen dominus tötet dann droppt der in dominus auch opfergaben auch diese könnt ihr hier hier rein werfen und bekommt dann einfach den dominus dna das am einfachsten weil sagt dann müsst ihr in der wildbahn einfinden das heißt also ihr habt zwei varianten jetzt weiter zu machen punkt eins eben nehmt diese fünf kreaturen oder ihr findet im prinzip wilde in dominos in der wildbahn das ist ein bisschen euch überlassen so wenn ihr die anschaltet und dann auch hier mit dem dna synthesizer die dna synthetisiert dann bekommt ihr halt im endeffekt hier diese diese flächchen raus und damit geht ihr an den nächsten schritt nämlich an diesen hier und da sind wir beim dna sequencer und ihr seht wir können jetzt hier hingehen und brauchen um ein indominus rex ei zu machen brauchen wir ein befruchtetes tyrannosaurus eis heißt aus eurer zucht zum beispiel ein befruchtetes tyrannosaurus einnehmen und ihr braucht das indominum genomen das bekommt ihr hier die erste variante ist aus diesen fünf sachen die wir eben hatten also kano giga raptor rex terenzino dna jeweils dann eins oder halt aus einem indominus rex dna was ihr halt direkt aus wilden indominus rexen bekommt und das hier plus halt ein rex ei dann tut ihr im endeffekt euch das ei erstellen dann habt ihr auch hier die animation dass das hier dann hier zusammen geht und wird dann so gesehen dass rex ei befruchten und wenn ihr das gemacht habt ihr seht auch schon da drin ist auch ein bisschen animation mit so einem mit so einem indominus rex ich finde das super cool also die animation aus diesen gegenständen plus generell die optik der gegenstände ist mega mega gut so habt ihr das gemacht und dann braucht ihr die letzte die letzte station das ist prinzip der gmh inkubator und hier legt ihr dann im endeffekt das generierte indominus ei rein plus halt auch batteriezellen macht das ganze an und dann habt ihr im endeffekt hier euer ei drin ja das ist ganz wichtig dass wenn es dann wenn ihr wählt dann aus drückt dann hier auf hatch egg so und dann seht ihr auch die animation dass da drin dann ein baby indominus schlüpft ich finde das ist super cool gemacht also mal ganz ehrlich das ist richtig richtig gut deswegen sage ich also die mod hat oh wir haben sogar direkt das ei wir haben sogar zwillinge bekommen ja so und die könnt ihr prinzip dann annehmen so zack und wenn ihr das dann gemacht habt dann habt ihr jetzt hier in dem fall bei mir war level 38 weil ich habe das ei einfach nur kurz erstellt deswegen hat das jetzt keine vorfahren also die vorfahren sind halt im endeffekt einfach ja ich habe einfach ein ganz also ich habe wieder ich habe das ei kurz gecheatet und kein keine zucht weil das ist hier meine mein test server das heißt wenn ihr natürlich eine rex zucht nimmt habt ihr andere vorfahren und dann habt ihr unsere euren dominus babys die könnt ihr ganz normal groß ziehen wir jeden anderen die nur auch und dann bekommt ihr hier wenn die ausgewachsen sind dann bekommt ihr euren ausgewachsenen indominus rex also ich finde der aufwand ist super gut gemacht also allein ist es wirklich sehr einfach wie gesagt im großen und ganzen wenn man das ganz kurz zusammenfasst noch mal entweder tötet die wilde indominus rex oder ihr tötet diese fünf kreaturen oder züchtet diese bereits also terenzino kano rex giga oder halt jagt die alphas synthetisiert einfach nur die die dna daraus dann macht ihr aus der aus der dna macht ihr halt dann hier diese flächchen und aus den flächchen mit einem rex ei macht ihr einfach dann das das indominus ei und dann macht ihr eure eigenen dominus und ich finde das ohne miss das ist super gut aufgebaut und ja ich finde ihn eigentlich ganz cool wenn wir uns mal angucken also das hier ist so vom vom laufen her der indominus läuft sehr gut er hat ein relativ gutes bewegen wir haben verschiedene angriffe klar einmal beißen dann haben wir auch hier so ein das brüllen ja das haben wir mit dabei so dann haben wir unsichtbar natürlich weil ist ja bei dem indominus mit dabei sondern haben wir hier auch noch mal so einen schwanzschlag mit dem wir noch mal rumhauen können also die haben verschiedene verschiedene moves die er auf jeden fall drauf hat finde ich cool aber wie gesagt ich finde den optisch halt sehr geil also muss ich schon sagen es ist halt ein bisschen größer ich glaube es gibt versionen da ist ein bisschen kleiner aber ich finde ihn eigentlich gar nicht so schlecht wenn wir jetzt hier so am kämpfen sind wir kommen auch recht gut im kreis das heißt auch da haben wir eigentlich kein problem großartig ja umzugehen wie gesagt ist halt jetzt hier einfach ein erwachsen also ohne prägung ähm wie gesagt ist einfach jetzt hier ein wilder ich wollte einfach nur euch mal zeigen wie der aussieht ausgewachsen also schreibt mal eure meinen die kommentare findet ihr sowas geil würdet ihr euch vielleicht in zukunft auch vielleicht auf arc 2 hinweg gesehen irgendwie sowas cooler finden wenn es ein paar dinos geben würde die so entstehen weil wir haben ja ein paar ausgefallene kreaturen wie ein magma oder auch einen managarm sowas in der richtung ob man nicht sowas vielleicht eher so einbauen sollte dass man sagt okay man muss irgendwie aus gewissen kreaturen hat die dna zusammensetzen mit x dazu und dann macht man dann zwar seinen eigenen magma würdet ihr das besser finden als einfach nur taming weil ich meine man muss ja ganz ehrlich sagen wir sind ja in der zukunft im jahre 2300 irgendwas also wir sind ja weit weit entfernt tag ist ja auch wie gesagt bei uns ja standard wir haben max und den ganzen kram in arc da wäre es doch eigentlich auch ganz aber mal eigentlich wahrscheinlich realistisch dass man gewisse kreaturen einfach erstellt so ja gehen manipuliert ändert also ich würde die school finden gerade wenn es ein bisschen aufwand ist weil das wiederum finde ich jetzt ein bisschen fördert dass man diese fünf kreaturen handeln muss um halt im endeffekt sich den dominus zu holen plus halt nur rex zucht für das ei ich finde es nice schreibt eure meinen die kommentare dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video euch noch einen schönen tage bis denne und ciao